Unfassbar hier im Regen, ey. Dann wollen wir mal. Hallöchen, da bin ich mal wieder. Ich muss mal meine Jacke ausziehen. Es ist gerade ein Päckchen gekommen. Und zwar vom Laser. Der hat mir fast so eine Art Anleitung geschickt, wie ich das öffnen soll. Leider habe ich es vergessen. Ich habe mal schon geschrieben eben, aber er reagiert nicht. Das Einzige, was ich mir merken konnte, ist, vorsichtig aufmachen und nicht tiefschneiden. Das probieren wir jetzt natürlich mal. Ich habe hier wieder Panzertape benutzt. Ich merke gerade, mein Messer ist nicht mehr das Schärfste. Wie ihr seht, bin ich heute nicht im Studio. Aber ist jetzt auch egal, weil unten ist es sehr, sehr kalt. Und da hatte ich jetzt echt keinen Nerv zu. Deswegen muss es jetzt mal so gehen. So, dann gucken wir mal. Das Messer lege ich mal nicht zu weit weg. Okay. Ein Carsten-Servo. What the fuck? Ihr seht das gar nicht, ne? Scheiß Kameraperspektive merke ich gerade. Hier lag oben drauf ein Carsten-Servo. Gott weiß, warum. Hier ist ein Kabel. Super Wind. Uuuuh, Party-Feeling. Sind ihr das? Es leuchtet. Ein Kunde. Es leuchtet. Was ist das? What the fuck? Ey, das ist so ein Freak, ne? Guckt euch das an. Oh, ihr seht das gar nicht. Scheiß Kamera. Ich stelle mal kurz eine Kamera um. Das geht mir auf den Pinsel. Seht ihr ein bisschen mehr? Da ist leuchtet. Alter, was hat der hinterher? Das bin ich. Mini-Candy-Sushi. WTF. Wo findet man denn bitte sowas? Das habe ich ja noch nie gesehen. Krass. Habe ich noch nie gesehen. Oh, cool, Alter. Das ist so heftig. Ich weiß nicht. Kennen welche von euch die noch? Also, ich habe die als Kind mega gefeiert, ey, die Teile. Das hat er mir erzählt gehabt, dass er da welche gefunden hat. Hat er mir jetzt auch noch mal welche reingepackt. Das sind so Käfer, so, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ob das mal eine Sendung war oder so. Auf jeden Fall kann man die Dinger essen. Leider sind meine Kinder jetzt noch nicht zu Hause. sonst hätte ich die jetzt mal so ein Teil gegeben. Ja, und auch Halloween-Candy-Zeug. Hallo, Kumpel. Nicht wundern, Kumpel ist meine Katze. Da haben die Kinder auf jeden Fall was zu essen, ey. Ach, die hat da noch so ein Ding reingepackt. LOL. Das, was hier schon liegt, das, was hier leuchtet, hat er ja noch mal reingepackt. Und hier lässt du sich nicht lumpen, ne? Der teuren Sony-Batterien-Rengetan. Gekunde, ey. Shit. Was haben wir hier noch? Oh, noch was für Weihnachten. Für die Kiddies. Das hat er mir gesagt gehabt, dass wir noch was für die... Im Endeffekt ist alles für die Kiddies, weil ich bin nicht so der süßen Karmesser. Ach, das hab ich grad die ganze Zeit vollkommen ignoriert, ey. Leute. Magic Sand, so ein Riesenteil irgendwie. What the fuck? Guckt euch das an. Ach ne, wo ist es denn? Hier hinten. Kennt ihr vielleicht? Der eine oder andere, die die Kinder haben, kennt das auf jeden Fall. Das ist hier so... so komischer Sand, den kann man so formen. Und dann bricht der, äh, fällt er in sich wieder zusammen, so komisch. Die Kinder werden sich freuen. Ich und meine Frau eher nicht. Aber das Zeug macht mega den Dreck, ey. Ohne Witz. Der hat das aber auch verpackt, ey. Das ist ja der Hammer. Was ist hier? Ah. Guckt euch das an. Was ein Freak. Hat er mir das kleine Boot drin gepackt. Das ist ja... Das ist ja ultra... Ey. Ich wusste ja, dass das klein ist. Boah, das ist das. Guckt euch mal meine Hand an. Meine Hand ist viel größer als das Boot. Heftig. Ein Kunde, ey. Das packen wir mal aus. Da bin ich jetzt mal entspannt. Wie klein das ist meine Katze. Die dreht hier schon durch und man muss alles durchschnippeln. Okay. Das... Ach so, das ist... Ach so. Ach, das ist... Ach, da kann man das laden, oder was? Vorrichte Sache. Zwei Lipos hat er mir noch reingetan. guckt euch das kleine boden ist das so ähnliches hat nathan mir mal geschickt das hat fast gleich aus heftig da bin ich mal gespannt wie das ding fährt coole nummer er hat aber noch zwei lipos reingepackt dieses ladet ich denke mal das ist ein ladeteil wie bei den kleinen los die autos denke ich mal die uns alle habe ich auch verloren hat er nicht gemacht alter woher wtm dein ernst geil ist das denn bitte als ob du es riechen könnte ist also ich suche so eine teile ohne spaß ist das ein freak guckt euch das an das sind schnell verspannen zwingen ich muss mal guck mal ob ich jetzt schnell eine rausbekommen ohne mir die hände abzuschneiden na komm krass unter spannung die kabelbinder heftiger shit siehst du das sind vier stück das ach so dass ich kleine und große das ist ja geil woher wusstest du das man kann man hier schnell auseinander ziehen seht ihr das so dann kann man hier so ran fahren ans teil was man festmachen will und dann ist es richtig fest ist und gut ist geile nummer alter das ist echt gut dass die dinge brauche ich richtig geil geil dann da komme ich ja auch nicht drauf klopft alte bekannte ok was haben wir hier eine tasche lampe wer hätte das erwartet das ist eine tc12 wo ist es gar nicht welche das ist auf jeden fall wird die anscheinend mit normalen patronen betrieben ein typ da habe ich weil ich habe die meisten die ich hatte habe ich alle verschenkt hatte ich doch keine mehr doch keine lampe eine haben wir zwei noch eine kleine und große tun ach das ist bestimmt die stirnlampe geil 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 stirnlampe das ist auch praktisch weil es winter ist im winter gehe ich dann wieder privat wo ist die ich dann wieder privat mit meinem dad auf lost place suche ich habe das ja in irgendeinem video schon mal angeschnitten ich glaube keine truenheit video war ich mal in so einem alten führungsbunker ja wir sind so ein bisschen militär bekloppt und dafür ist die richtig geil weil keine die ihr irgendwo findet hat so eine qualität wie so eine truenheit lampe das ist einfach so das ist hier noch irgendwas leer krasser typ ich meine guckt euch den shit an was ich packe das hier nochmal alles hin dann auch ob der fakt für was dass sehr wohl das kapitel macht denn wo ist denn das boot hier was da alles gab einfach so ein kunde die zwingen sind echt geil das ist echt das ist der schritt machen noch mal schön die leuchte an verpackung brauchen wir jetzt nicht ja guckt euch den schild an ein krasser typ unfassbar das ding ist der laser wird auch bald von mir ein paket bekommen und zwar baue ich ihm gerade was auf meinem zweit channel könnte das verfolgen wenn er bock hat und dann bekommt er natürlich von mir auch noch ein paket aber wenn ich das hier sehe wird es wieder schwer das nachzulegen geiler typ echt krass richtig geil ich würde sagen uns gefallen hat da oben wenn ich dann nicht laser vielen dank noch mal krasses paket dicker wir hören uns eh heute abend und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ciao